nein muss man sofort schneller hin und machen sonst ist man so ja so geht es so geht es natürlich auch scheiße da braucht man ein bisschen timing für nein hallo was kommt der sprung denn dann nicht mehr hin alter ist das tolle hallo hat nämlich der ausgeschubst gerade oder was war nein wieder nix schön schön jetzt das sagt so hallo erstmal toll das ist super ja das macht den doppelsprung nicht schon wieder nicht übrigens dann ist das jetzt noch machbar ja super trick ehrlich es sagt zum kotzen ist das doch nein ich glaube da muss aber nur ein normaler sprung oder ja dann am liebsten irgendwie so dankeschön dass du mich da auch mal reinlässt okay schön schön wunderbar ach du scheiße und da muss ja noch aufpassen ach gott als bleibt man nicht schon genug zum aufpassen gut gucken wir mal ob sonst einer guckt so scheiße das war ordentlich fail dann frage ich mich wie das da hinten dann noch gehen soll und dann ist schon wunderbar naja god damit 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 das ist super ja scheiße das ist ja so eine ist die switch waren hat seiner erster teil geht jetzt mittlerweile und das ist merkwürdig hierbei ich will sagen also ich weiß wie es gemeint ist glaube ich das war da muss das timing ganz genauer stimmen holi ach komm einmal kopfstoßen ist okay ein zweites mal scheiße so 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 hoch 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 toll cooler trick ach komm m m m m so so kommt schon hier auch ist ja eigentlich irgendwas nach ne ne außer wand und noch mehr wand ist ja nix ach komm wenn man da so ganz normal nur ooooh rein läuft dann ist das ich will die scheiß minze gar nicht einsammeln bei mario boss haben mich die scheiß münzner noch getötet so ganz bei das muss doch machbar sein irgendwie so jetzt aber jetzt aber jetzt frag ich kann nicht wie soll das denn gehen ja so zum beispiel das ist mir ein bisschen zu hoch um ehrlich zu sein dass das das check ich wirklich überhaupt nicht also den einen also den den sprung da oben kommt man nur ich will die kappen und sogar nicht einsammeln drecksmünze so ein sprung können wir noch anders machen nämlich von münzen einsammeln und dann auch kommen das weit scheiß ich bin ja sozusagen darunter gefangen nicht nur so zu sagen sondern auch nicht so zu sagen ich will diese schule münze gar nicht einsammeln unglaublich ich sammle die kacken münze ein und plötzlich wird die wieder zum block und schubst mich ja klar schubst mich in diesen komischen gedönsrats daumen rein was auch immer es ist in den stacheln was auch immer es ist ja genau so meinte ich das nur ohne in den stacheln zu springen genau das meinte ich gerade eben bei meinem ansatz meine methode zu erklären die ich glaube ich noch nicht mal angefangen hatte zu erklären irgendwie ja super macht den doppelsprung noch nicht sammeln uns auch nicht ein gehen ich über lust hier keine 1.000 allein und geh einfach nur brav sterben zack 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 bumm okay 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 so jetzt das ist doch so scheiße ehrlich das ist doch nicht fair das ist doch nicht so klüft einfach nur die kacken münze da teilweise gar nicht einsammeln und dann zack bumm was ist denn das man kann es natürlich jetzt auch ein bisschen kann natürlich auch so machen dass man versucht die ersten vier münzen einzusammeln und dann so im doppelsprung sich noch mal raus zu retten irgendwie ja toll aber nicht wenn der doppelsprung nicht funktioniert dann wird das ganze unterfangen natürlich etwas schwieriger muss man positiv auszudrücken schöne kleinen mann am liebsten abschießen wenn auch am liebsten und richtigen momenten so komm mann ey dankeschön ich kann da nicht einfach loslaufen nein ich muss auch noch das ist der dreck an der sache nein ich will die schwimmen warum lade ich neu das war noch nicht so neu laden musste zwingend so jetzt kommt schon so 100 da ist und dann wie bitte wie es ist auch so einmal habe ich das geschafft aber nein dann ist natürlich noch nicht ändern müssen wir noch zehn mal so komische ganz merkwürdige sprung machen jetzt mal da muss man dann runter wenn gerade festes jahr schätze ich mal was bitte was macht der doppelsprung ein bisschen bisschen afg der doppelsprung ja ja lass mich nicht hier durch ja das ist das dieser stachel oben nicht und ich wäre schon zufrieden ja münzer eingesammelt dann ich haben wollte so jetzt aber macht den doppelsprung nicht ich liebe dass wir dann doppelsprung nicht macht bis hier oben ist jetzt kein problem mehr aber ja das ist scheiße